Wir haben den 12. Jahrhundert, da gibt es eine weitere Röschke-Firma, die hier aktiv wird, auch Röschke GmbH, Autogast-Service-Center, Wünferlin-Extraße 80, im Flugwechsel. Ja, bitte mal nochmals ein Hinweis an die Zuschauer von der Barriere. Wir sehen uns heute, die auf der Barriere sitzen, sich da zu weit vorlehnen. Es ist gefährlich, das können wir nicht gebrauchen, die Kinder vor allen Dingen hinter die Barriere. Das kann nicht wahr sein, dass dort Kinder sich außerhalb der Barriere aufhalten. Wir bitten da doch mal Einfluss zu nehmen, das kann doch nicht so schwer sein. Sie schlagen dort rot auf der Barriere. Wir bitten die Eltern, Einfluss zu nehmen, Ausgangs der Startgrade, die Kinder dort zu entfernen. Und wir haben jetzt hier Klaus Wissing, Rafa Lankonewski, Mario Lankonewski, Mislav Nusswagen und Daniel Davidson. Ja, 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 ja. Da sind einige Barriere, meine Damen und Herren, Floroski, Hauptmeister, Helfare, Rafa Lankonewski, mal wieder ungeschlagen. WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH